Okay, ich versuche einfach mal wirklich wenig auf diese Dinger zu kommen. Ich müsste theoretisch da wo Stein ist, also wo keine Platten sind, sicher sein. Dein Begleiter möchte nicht länger warten und geht? Hey, was für ein Begleiter? Ich habe gar keinen Begleiter dabei, Lustigen. Pendel wollte ja nicht mitkommen. Okay, irgendwas Böses? Sieht nicht so aus. Doch, da, Spinne. Okay, das mache ich. Oh, zwei Spinnen. Oh, Alter, wie brutal. Voll radikal. Guckt die andere da jetzt hin. Und auch weg. Boah, der Bogen ist entweder voll drauf oder ich. Wahrscheinlich habe ich es voll drauf. Aua, heiß. Da noch. Oh, noch eine Spinne. Eine starke Spinne. Oh Gott. Ich verarsche die einfach mal. Guckt die mit hinterher? Tatsache, oh Gott. Irgendwie wirklich geschaut sind sie nicht. Oh nein, ich muss ganz schnell. Nein, keine Bücher. Äh... Äh... Da. Alter, ich bin fast tot. Ich habe es nicht gesehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh scheiße. Hau ab. Du Ekelspinne. Scheiße. Oh mein Gott. Gott, ey. Das ist so angstenschlössend, dieses Spiel. Momofizierte Leiche. Charmant. Mit einem Dietrich. Spinnen... Ah ja, soll ich hier auch noch aufräumen? Es ist immer dasselbe drin. Also ich lasse, es ist egal. Hier hat auch nur Frostspinnen. Das brauche ich nicht. Das möchte ich jetzt gerne abfackern. Einfach nur so zur Belustigung. Jetzt fühle ich mich mächtig. Holztür. Ich hätte irgendwie was Böses erwartet, aber hier ist irgendwie gar nichts. Da wird irgendwas Böses auf mich warten. Das sieht schon so böse aus. Da ist auch schon ein Saracad, der wird aufgehen. Ich speichere kurz. Mein Controller rückelt, das seht ihr nicht, aber der rückelt. Irgendwas passiert hier. Irgendwas geht hier ab. Da kommt Wasser raus. Ne, da kommt... Keine Ahnung, Wasser raus. Riesige Geierköpfe. Ne, Hühner oder Trothähne laut dem Schlabberding da. Keine Ahnung, was das sein soll. Oh, da ist mein Zielobjekt. Aber ich schätze mal, der wird jetzt noch... Ne, oh, der ist schon tot. Oh. Irgendwie dachte, der geht noch auf mich los. Aber hier ist ja gar nichts. Da geht's raus. Da ist keiner drin. Gescheitert. Was, hä? Wie gescheitert? Willst du mich verkackeiern? Geht's da zur Notiz. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Hier war jemand vor mir hier. Wollte mich verarmen. Arschen. Na, hä? Hä? Ihr seid ja lustig. Hättest du mir diese Notizen hier auch am hellen Tag irgendwie vor draußen geben können? So, hallo, ich möchte gerne mit dir reden. Ich bin der und der oder die und die und keine Ahnung und ich möchte gerne mit dir reden. Lass doch mal her auf die Eintrinken gehen. Ne, der muss mich. Das war ein Versehen. Der muss mich erstmal hier irgendwo an den Arsch der Wichtigen. Oh, so viel Gold. So viel Gold, so viel Gold. So viel Gold. Rolle der Harmonie. Schutzgeistbefahren habe ich leider schon. Und einen Eisenhelm brauche ich nicht. Gold und marktloser Granatstein. Wir haben ganz schön viele Edelsteine gefunden. Mann, was soll denn der Mist? Ganz im Ernst mal. So ein Kack. Jetzt bin ich natürlich wieder draußen. Ja, ist klar. Ich meine, ich brauche eine Stunde bis dahin und zwei Sekunden, um wieder zurückzulaufen. Das ist, ja, klar. Ich meine, das ist doch immer so. Wenn ich zur Schule gehe, brauche ich auch immer vier Stunden. Und wenn ich zurückkomme, muss ich nur mit den Fingerschnitten. Da kann ich, das wäre so ein Steinwurf. Katzensprung. Scheiße, ey. Welcher Depp hat das Horn geklaut? Dem haue ich auf die Nase. Okay, ich weiß zumindest, wo ich bin. Habe ich die Kiste da schon mal drauf gemacht? Ja, die ist leer. Ich komme jetzt bis zu bekannt vor. Wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt hier und dann können wir da raus. Da. Glaube ich zumindest, dass wir hierher gekommen sind. Ja, ja, ja. Hier hatten wir den Traugere Battle, der mich ein paar Mal das Leben gekostet hat. Und hier sind wir noch die süßigen Ascherhaufen. Oh, sowas. Und wusch. Das finde ich einfach nur geil. Himmelsrand. Dann haben wir das jetzt ja geschafft, oder? Ja, zumindest mehr oder weniger. Also, wir haben das Stoffmannskrab. Ne, Quatsch, blödsinn. Nicht Stoffmannskrab. Keine Ahnung, wie es heißt. Das Ding ist abgeschlossen. Oh, das ist doch eine Kiste. Habe ich gar nicht gesehen, wo wir reinkommen sind. Giftsgold. Deutsch. Aber wir haben nicht, was wir gesucht haben. Also haben wir die Quest halb erfüllt. Da ist noch irgendwas Besonderes. Und da ist wieder so eine Windmühle. Ich will versuchen, ob das verzeichnet ist als Quest. Ne, es ist was anderes. Dann will ich auch kurz gucken, was die Windmühle hier ist. Wahrscheinlich bereue ich das schon gleich, wenn mir jetzt irgendwas Böses kommt und mich killt. Und da würde ich jetzt auch sehr gerne natürlich wissen, wer dieses Scheißhorn geklaut hat. Da wird schon wieder irgendwas angezeigt. Und was neu ist. So viel Zeug, was man hier erkunden kann. So viel Zeug. So viel, was ich machen kann. So viel zum... Ich habe keine Ahnung hier. Was ist denn das? Geheimes Lagerhaus, oder was ist das? Verlassene Hütte. Ah, da können wir ja einbrechen. Schlüsseler forderlich. Das ist verlassen. Kann ich da nicht einfach ein Fenster einschlagen? Boah, ha, 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 ha. Okay. Ich möchte jetzt wissen, wer das Schorn geklaut hat. Ich gehe nach Flusswald. Wo war ein Flusswald? Oh, wie viel wir schon gesehen haben. Fällt mir da gerade mal so auf. Hier, Flusswald. Du kannst nicht schnell reisen, wenn wir Feinde in der Nähe sind. Was für Feinde hier sind? Keine Feinde. Hier sind keine Feinde. Keine Feinde. Nirgends. Schnell reisen. Hier sind keine Feinde. Willst du mich verkack eiern, oder was? Hier ist doch nichts. Ganz im Ernst, mal. Nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Regel, aber hier sind keine. Hier ist doch nichts. Oder sind die irgendwo Feinde? Ich meine, dieser Busch, da sieht man schon ein bisschen gefährlich aus. Der Stein hätte mir auch was angefallen, aber sonst. So, kann ich jetzt schnell reisen? Jetzt könnte ich schnell reisen, okay. Äh, nein. Ich bin aber nicht zu verlassen in Hütte. Ich will nach Flusswald. Da, Flusswald. Ja. Schluss. Find ich Schluss. Flusswald. 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 Wer hat das verdammte Horn geklaut? Ich bin sauer. Okay. Äh, ich soll das Zimmer mieten. Ich hab keine Ahnung, wie der Laden hieß, aber ich weiß, wo er ist. Hallo, Sigrid. Nein, das müsste der Laden sein. Theoretisch müsste das der Laden sein.